Herzlich Willkommen zurück bei Nadelzock. Es gibt wieder Veränderungen auf diesen Kanalen. Keine Angst, keine großen. Ich werde jetzt nicht nur noch auf YouTube streamen wie die letzte Seite der Kanal existiert. Ich streame jetzt auch wieder auf Twitch. Gerne mit abchecken. Linkst du es auch in der Videobeschreibung. Der Kanal heißt unnatt.un-zockt. Entweder suchen oder ganz einfach bei YouTube bei den Links. Da habe ich es euch mit verlinkt. Gerne dort mit abchecken und gerne auf ein Follow da lassen. Wäre überhaupt nice von euch. Außerdem habe ich hier noch einen Discord-Server. Ich kann ja auch gerne mit weiter den Link dazu ist auch in der Videobeschreibung noch drin. Soll es irgendwie Probleme geben mit den Einladungslinks mir einfach kein Instagram-Beschreibladen, dann schicke ich euch mal an. Es gibt eben halt hier verschiedene Server, wie zum Beispiel für Fortnite, für GTA, PC, wo die Gruppen ist es dann eher für meine Mods interessant. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne mit hier reinschreiben. Oder ihr wollt euch bewerben, ihr würdet gerne meine Videos schneiden. Oder ihr würdet gerne meine Funktionslinks machen. Gerne einfach hier mit reinschreiben. Ich antworte eigentlich auch relativ schnell. Genauso wäre ich jetzt auch hier drüber meine Streams ankündigen. Weiter natürlich auch über Insta. Aber ich meinte hauptsächlich dann hier übrigens kurz, aber wenn dann hier noch Leute mit dabei sind. Also ich wäre es eigentlich auf beiden Seiten ankündigen, aber wahrscheinlich eher hier, weil mir etwas ganz nach Hamburg anschreiben. Ja, kommen wir bitte das und das rein. Es ist einfach einfacher für mich, weil ich in der Videobeschreibung schon Ränge vergeben habe. Das war es jetzt erst mal so von dem kleinen Informationsvideo. Wie gesagt, es ist alles verlinkt auf YouTube. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es entweder in die Kommentare unter dem YouTube oder schreibt mich einfach für uns an die Videos jetzt so gewohnt seid von mir schon. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wie gesagt, einfach anschreiben. Ich weiß es nicht. Oder du sagst, ich bin da raus, ihr werdet aus. Adios Amigos. Ciao.